Wie schneidet man eigentlich ein actionreiches Video in Magix? Du hast ein paar dynamische Aufnahmen mit der Action Cam gemacht und möchtest die jetzt zu einem kleinen Action Film zusammenschneiden. Ich zeige dir wie es geht und zwar in der Software Magix. Das neue Magic Video Deluxe Ultimate Paket beinhaltet nämlich eine Menge zusätzlicher Effekte, die ganz gut geeignet sind für so ein Action Video. Ein paar davon hast du in meinem Intro gerade schon gesehen. Ja, los geht's. Ich bin übrigens Christian von Familienvideos machen. Familienvideos machen ist eine Hippie Kommune. Nein, eine hippe Community. Eine hippe Community von Eltern, die Filme machen. Und Disclaimer, dieses Tutorial ist nicht von Magix gesponsert. Die Firma Magix hat mir lediglich für einen bestimmten Zeitraum eine Lizenz kostenlos zur Verfügung gestellt, damit ich das Set für euch testen kann, was ich natürlich sehr gern gemacht habe. Dieses Video enthält also keine bezahlte Werbung. So, ich habe mir hier schon mal ein neues Projekt erstellt und ein paar Clips von meiner SD-Karte in die Timeline gezogen. Kurzer Zwischentipp, stelle sicher, dass du deine Dateien in den Projektordner kopierst. Dazu muss dann auch hier so ein Haken gesetzt werden. Fangen wir mal an mit einem kleinen Schnitttipp für mehr Action. Wir bauen eine Speed Ramp. Bei einer Speed Ramp wird das Video für einen kurzen Moment verlangsamt, um eine besonders coole Bewegung hervorzuheben. Das bringt auch noch mal mehr Dynamik mit ins Video. Ja, und das mache ich hier mal beim letzten Clip. Hier, wo mein Sohn so ein bisschen mit dem Schlitten springt. Der Clip soll während des Sprungs etwas verlangsamt werden. Dazu suche ich hier in den Effekten mal nach Geschwindigkeit. Ich kann die Geschwindigkeit halb so langsam machen, also Faktor 0,5, weil ich den Clip vorher mit 50 Bildern die Sekunde aufgenommen habe. Jetzt kann ich für die Geschwindigkeit hier oben einen sogenannten Keyframe setzen. Ein Keyframe merkt sich für eine bestimmte Zeit einen bestimmten Wert. Ich wähle jetzt hier also den Punkt aus, an dem die Verlangsamung stattfinden soll. Wähle dann hier die Geschwindigkeit aus und setze einen Keyframe. Der taucht jetzt auch in dieser Mini-Timeline auf. Jetzt muss ich den Startpunkt der Verlangsamung festlegen. Und hier setze ich den Wert zurück auf 1, also normale Geschwindigkeit. Jetzt wurde hier wieder automatisch ein weiterer Keyframe hinzugefügt. Und zwischen den beiden Keyframes findet ihr jetzt eine Verlangsamung, vom Faktor 1 zum Faktor 0,5. Jetzt setze ich für das Ende des Sprungs noch ein Keyframe. Hier bleibt die Geschwindigkeit auf 0,5, damit der Clip für die Dauer des Sprungs in der Zeitlupe bleibt. Und jetzt muss ich noch das Ende der Verlangsamung wählen. Ab hier soll die Geschwindigkeit dann wieder normal sein. Ich setze den Wert also wieder auf 1. Ich kann die Keyframes hier jetzt auch im Nachhinein noch verschieben und kann die Position noch mal ein bisschen anpassen. So sieht das Ganze dann aus. Ziemlich cool, oder? So, jetzt holen wir noch Musik dazu. Die habe ich mir hier schon in meinen Musikordner gelegt. Die ziehe ich mir jetzt einfach hier in die Timeline unter meine Clips. Die will ich auch in den Projektordner kopieren. Ich kürze die Musik hier am Ende noch ein bisschen. Das mache ich mit U. Und lasse sie hier am Ende ausfaden und das Video lasse ich dann auch noch in Schwarz ausblenden. So, jetzt kommen wir mal zu den Effekten, die ich am Anfang schon angeteasert habe. Die Effekte, die ich dir jetzt zeige, die sind, wie gesagt, alle in der Magix Video Deluxe Ultimate Version enthalten. Das ist ein riesiges Paket, in dem ein paar ziemlich coole Erweiterungen dabei sind. Die Ultimate Version von Magix enthält unter anderem ein paar Erweiterungen von ProDat und zwar unter anderem die hier. Die nennt sich ProDat VistaScene und da findest du ein paar sehr coole Effekte und Übergänge. Falls du die VitaScene bei deinen Effekten nicht findest, musst du es noch aktivieren. Dazu einfach hier oben über Hilfe und dann Content Pakete freischalten gehen. Du kannst dann deine Seriennummer oder deinen Gutscheincode eingeben. Hier über Zusatzeffekte kannst du das Ganze dann herunterladen. Und dann müsste es unter ProDat aufgelistet sehen. Den Activation Key hier, den musst du nochmal kopieren und im Effekt selber eingeben. Das ist leider ein bisschen umständlich gelöst. Ich zeige dir gleich nochmal, wo du den eingeben musst. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal genauer an. Ich wähle mal diesen Clip hier aus und wähle jetzt den Effekt aus. Den Activation Key musst du beim ersten Mal jetzt hier oben bei diesem Schlüsselsymbol eingeben. Kann auch sein, dass du danach den Effekt oder sogar die ganze Software nochmal neu starten musst, damit es auch wirksam wird. So, jetzt gibt es hier eine Menge Vorlagen. Ich gehe erstmal auf die oberste Ebene. Die nennt sich Root. Und hier siehst du jetzt, dass die Vorlagen unterteilt sind. Einmal in Filter und einmal in Transitions, also Übergänge. Schauen wir uns erstmal die Filter an. Die Transitions, die fügen wir später noch über einen anderen Weg hinzu. Wir wollen die nämlich nicht auf einen Clip legen, sondern zwischen zwei Clips. Hier bei Filtern, da gibt es jetzt eine ganze Menge. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen. Du kannst das gesamte Paket ja selbst nochmal ausprobieren. Ich gehe jetzt mal hier auf den Filmlook. Mit einem Doppelklick wird mir der jeweilige Effekt dann hier drüben im Fenster auch angezeigt. Mir gefällt der hier eigentlich ganz gut. Das Coole ist, dass ich jetzt hier unten noch so Regler habe, an denen ich den Effekt zusätzlich noch anpassen kann. Ich kann hier jetzt zum Beispiel die Farbe noch etwas runtersetzen. Dann wird der Schnee noch etwas weißer. Und hier oben kann ich dann auch nochmal den Vorher-Nachher-Vergleich machen, indem ich das hier gedrückt halte. Ich schließe das Fenster jetzt mal mit F12. Dann werden die ausgewählten Effekte nämlich auch direkt auf den ausgewählten Clip angewendet. Schneidest du Familienvideos? Wie du dabei richtig schnell wirst mit Magix, das zeige ich dir nicht in diesem Video, aber in meinem Webinar. Da teile ich meinen Videoschnitt-Workflow mit dir. Da bekommst du mal eine 10-Schritte-Anleitung für ultra-schnellen Videoschnitt. Das Webinar dauert knapp 40 Minuten und ist kostenlos. Den Link findest du auch direkt unter diesem Video. Weiter geht's. Jetzt schauen wir uns die Übergänge nochmal ein bisschen genauer an. Ich wähle jetzt mal den Übergang zwischen diesen beiden Clips hier aus. Das geht über dieses Symbol. Und hier kann ich jetzt verschiedene Übergänge wählen. Unter Zusatzblenden finde ich die ProDart VitaScene Transitions. Jetzt wird eine der VitaScene Transitions zwischen meine Clips gelegt. Das ist aber nicht die, die ich will. Ich muss den Übergang nochmal auswählen und jetzt finde ich hier unten die Option Einstellungen. Und hier kann ich jetzt zwischen den ganzen VitaScene Übergängen wählen. Ich wähle jetzt mal eine Zoom-In Transition. Die finde ich hier unter Nahtlose Übergänge, Zoom, Zoom-In. Ich nehme jetzt mal den hier und hier kann ich mir den Übergang direkt auch anschauen. Auch bei den Übergängen habe ich hier unten noch so einen Regler, bei dem ich noch ein bisschen rumprobieren könnte, um den Übergang noch manuell anzupassen. Hier muss ich auch wieder mit F12 bestätigen. Hier in der Timeline kann ich den Übergang jetzt noch in seiner Länge anpassen. Zwischen die beiden hier lege ich jetzt auch noch eine Transition. Ich wähle hier also wieder die ProDart VitaScene Transition aus. Und jetzt wieder Einstellungen. Und hier wähle ich jetzt mal einen Glitch-Übergang. So. Wir nehmen mal den hier. Jetzt kann ich mir den wieder anschauen. Ja, wie du siehst, bietet dieses Paket also eine ganze Menge an Übergängen und Effekten, mit denen man sich ganz nett austoben kann. Vor allem bei so einem actionreichen Video passt das sehr gut. Aber natürlich sollte man versuchen, mit solchen Effekten und Übergangen auch wieder sparsam umzugehen und sie wirklich ganz gezielt einzusetzen. So, ich exportiere mein Video jetzt zum Schluss noch. Das mache ich hier über die Datei. Video exportieren. Ich wähle mal MPEG-4. Ich exportiere mein Video mit Full HD. 25 Bilder die Sekunde. Dann lege ich hier noch den Speicherort fest. Die Benennung lasse ich so. Das passt schon so. Und dann kann ich das Ganze exportieren. Ja, das war übrigens nur ein kleiner Teil der Effekte, die Magix Video Deluxe Ultimate beinhaltet. Es gibt noch eine Menge mehr. Willst du ein weiteres Effektpaket von Ultimate kennenlernen? Dann schau mal hier vorbei. Da stelle ich einige Effekte von New Blue vor, die Farbearbeitung leicht machen. Oder hier, da stelle ich dir eine super Anwendung vor, mit der du störende Dinge oder Personen ganz einfach aus deinem Footage entfernen kannst. Ansonsten bis zum nächsten Mal und filmt eure Lieben und liebt eure Filme.